Heute machen wir ein Heighten-Seek auf dieser Minecraft-Welt! Wow, ein Heighten-Seek haben wir noch nie gemacht! Ich freue mich sowas von! Ja, Uckri, ich freue mich auch! Willst du der Verstecker oder der Sucher sein? Ich darf also entscheiden? Na gut, ich werde natürlich der Verstecker sein! Ich habe keinen Bock, dich die ganze Zeit zu suchen! Okay, Uckri, also du kannst dich jetzt im ganzen Willi... Ja! Was machst du da, Uckri? Ups, äh, Sam Lucky, ich komme hier gar nicht runter! Das üben wir nochmal! Also, du hast jetzt 30 Sekunden Zeit, dich in diesem ganzen Villager-Dorf zu verstecken! Freunde, vergesst nicht, ein Abo und ein Like da zu lassen! Würde mich wirklich sehr, sehr freuen! Und, Uckri, hier, du kriegst den Waterbucket! Damit kannst du ein MLG machen! Okay, dann geht's jetzt los! Let's go! Let's go, Uckri! Und er hat es sogar geschafft, Freunde! Naja, aber was Uckri nicht weiß, dass wir heute einfach im Geheim-Cheaten werden! Ja, richtig gehört, Freunde! Nämlich gibt es hier einfach einen Geheim-Gang zu einer OP-Chest! Und um dort reinzukommen, müssen wir diesen Hebel drücken! Ich frag mich nur, wie Uckri nicht aufgefallen ist, dass dort offensichtlich ein Hebel versteckt ist! Naja, okay, wir gehen jetzt hier rein und gucken jetzt in 3, 2, 1 in die Kiste rein, Freunde! Also, let's go! Lass alle Like da! Und ihr seht es schon, hier ist einfach eine Security-Kamera! Ja, das haben wir als erste Option! Außerdem haben wir hier noch einen Kameramonitor, ein Portable-Radar! Also, wenn Uckri diesem Gegenstand zu nahe kommt, dann wird es mir einfach angezeigt! Wir haben sogar ein Verkleinerungsgerät! Damit können wir einfach richtig winzig werden! Und als letztes haben wir noch Simlakis geheimes Redstone! Und was das kann, habt ihr bestimmt auch schon gesehen! Und zwar ist das einfach ein X-Ray! Ich bin sowas drum gespannt, Freunde! Nämlich können wir damit einfach durch Wände gucken! Also, Uckri, hast du dich schon versteckt? Ja, Simlaki, habe ich! Du wirst mich niemals finden! Nein, Uckri, ich werde dich finden! Also, wir springen jetzt hier auch runter und machen den MLG-Let's go! Wir haben es geschafft! Und jetzt werden wir Uckri suchen! Uckri, willst du mir vielleicht ein paar Tipps geben? Nein, auf keinen Fall, weil ich will das Ganze ja hier gewinnen! Okay, dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal ins erste Haus rein! Wenn du dich da jetzt versteckt hast, dann ist das richtig, richtig schlecht! Und du hast dich hier nicht versteckt, wäre auch ein bisschen dumm! Simlaki, du bist ganz nah bei mir! Aber ich werde dir natürlich nicht verraten, wo ich bin! Äh, warte, was meinst du das? Ernst, bin ich wirklich neben dir oder an dir vorbeigelaufen? Das kann nicht sein, Uckri! Okay, Freunde, ich habe mich wieder gemutet! Ich glaube, jetzt ist es Zeit für unseren Cheat! Also, wir nehmen das geheime Redstone in die Hand und ich würde sagen, let's go! Und damit haben wir jetzt unseren X-Ray! Und, äh, warte mal, Freunde, seht ihr das auch, was ich sehe? Genau, dort vorne ist nämlich Uckri! Er versteckt sich hinter dieser Farbe! Ich würde sagen, wir tun einfach mal so, als ob wir ihn nicht gesehen hätten! Aber im Geheimen sehen wir ihn einfach schon! Der Sneak da vorne einfach! Wie witzig ist das denn, bitte sehr! Okay, Uckri, ich finde dich irgendwie noch immer nicht! Wo kannst du nur sein? Tja, Samlaki, ich bin einfach der Beste im Verstecken! Du hast keine Chance, mich zu finden! Alter, das ist so ein cooles Versteck, welches ich habe! Du hast ein cooles Versteck! Ich verstehe schon! Naja, Uckri, ich werde dich trotzdem finden! Hm, wo kannst du nur sein? Okay, du bist hier bei dem Feld auf jeden Fall nicht! Ich nehme mir mal ein paar Karotten mit! Und ganz rein, zufällig gehe ich mal zum anderen Feld! Oh, Uckri, da bist du ja! Ich hatte es gewonnen! Let's go! Ey, Mann, Samlaki, du bist zufälligerweise genau in mein Feld gerannt! Da, wo ich mich verstecken wollte! Ähm, ja, ganz zufällig! Ich habe auch nicht gecheatet oder sowas! Äh, was, Samlaki? Wie willst du denn auch bitte sehr cheaten? Du bist im Survival-Modus! Ja, Uckri, du hast recht! Ich bin im Survival-Modus! Ich kann gar nicht cheaten! Oh, Mann, Freunde, wenn der nur wüsste, dass ich im Geheimen cheate! Er würde sowas von ausrasten! Lass mal ein Like da, wenn ihr auch ausrasten würdet! Naja, Uckri, ich würde sagen, ich gebe dir einfach noch eine zweite Chance! Und sobald, das ging irgendwie ein bisschen zu schnell! Und was macht dieses dumme Pferd direkt mit dir? Ey, Samlaki, hör auf, damit es so schlagen! Hör mal zu! Ich habe keine Ahnung, wie du mich so schnell gefunden hast! Aber ich dachte, mein Versteck war richtig cool! Na gut, beim nächsten Mal werde ich ein richtig, richtig krasses Versteck finden! Und jetzt werde ich mich nochmal verstecken und alles rasieren! Denn ich weiß jetzt, was das krasseste Versteck ist von allen! Okay, Uckri, und du hast das Feld als erstes geschlagen! Was redest du da? Nein, habe ich nicht! Ich liebe es nämlich! Also, ich gehe wieder auf meinen Spot, Uckri, und du kannst dich verstecken! Du hast 30 Sekunden Zeit! Okay, Samlaki, ich bin dann jetzt ready und versteck mich! Hahaha! Äh, was auch immer du da machst, Uckri! Also, ich zähle jetzt bis 30! Ähm, Uckri war gerade richtig sass, Mann! Lass mal ein Like da, wenn ihr das auch so findet! Egal, wir werden jetzt wieder zu unserer geheimen Kiste gehen und dort einfach den nächsten Hack rausholen! Und diesmal habe ich mir was richtig Cooles überlegt! Nämlich nehmen wir jetzt das Personal Shrinking Device raus, womit wir uns richtig klein machen können! Und 30 Sekunden sind ja noch nicht um! Und deswegen würde ich sagen, gucken wir jetzt einfach schon, indem wir uns klein machen, wo sich Uckri verstecken wird! Okay, Freunde, ich würde sagen, in 3, 2, 1, verkleiden wir uns und let's go! Und jetzt sind wir auch schon richtig, richtig winzig, Freunde! Schaut euch das einfach mal an, wie klein ich bin! Okay, wir springen hier ganz schnell runter und werden jetzt Uckri belauschen! Was er sagen wird und wo er sich verstecken wird! Wie kann ich hier überhaupt hochsprengen, wenn ich so klein bin, Freunde? Er wird mich einfach nie im Leben sehen, Freunde! Schaut euch das mal an! Und wo will er hin, Freunde? Wir folgen ihm mal, also hier lang, zack, zack, zack! Und wie komme ich jetzt hier hoch, Freunde? Ich bin eine kleine winzige Figur! Ah, ganz vergessen, ich bin im Game-Mode! Also, wir gehen jetzt hier hin, let's go! Okay, diesmal wird Samlaki mich niemals finden, denn ich habe ein richtig, richtig OP-Versteck! Wie wäre es einfach, wenn ich mich hier hinter verstecke? Hier wird er mich niemals sehen! Oh Mann, Uckri, dieses Versteck hätte ich sogar ohne Hacks gesehen! Das ist ja mal komplett schlecht und der meinte, er würde ein OP-Versteck haben! Also, ich würde sagen, jetzt, wo wir sein Versteck kennen, gehen wir jetzt einfach ganz schnell hoch und werden einfach mal so tun, als ob nichts passiert wäre! Und fangen jetzt an, ihn zu suchen! Uckri, bist du auch schon ready? Samlaki, ich bin sowas von ready! Du weißt gar nicht, was ich für ein OP-Versteck habe! Naja, das werden wir sehen! Davor gehe ich noch schnell in den Survival-Mod und mache hier den MLG und let's go! Wir haben es geschafft, Freunde! Und jetzt würde ich sagen, Uckri, ich werde dich finden! Vielleicht diesmal in diesem Haus! Okay, 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 bist du dort und, äh, nein, hier bist du leider auch nicht! Wie cool wäre das, wenn ich wüsste, wo du versteckt bist! Ja, Samlaki, und du wirst es auch niemals herausfinden! Ich habe so ein overpoweredes Versteck, Mann! Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder zu ihm und werden so tun, als ob wir keine Ahnung davon hätten, wo er sich versteckt! Und vielleicht gehen wir sogar mal ganz knapp an ihm vorbei, mal gucken, ob das sich dann freut! Also, Uckri, wo kannst du nur sein, Mann? Ich suche die ganze Zeit, aber ich kann dich einfach nicht finden! Vielleicht ja in diesem Haus! Oh, Samlaki! Du bist so knapp an mir dran, aber du wirst mich trotzdem niemals finden! Wie, Uckri? Ich bin knapp an dir dran! Wo kannst du nur sein? Also, ich weiß es nicht! Äh, vielleicht unter dem Bett! Hm, nein, da bist du nicht! Wir bauen uns mal ab! Ja, Samlaki, ich bin nicht in diesem Haus! Du kannst ruhig weitergehen! Ich bin hier auf keinen Fall! Du wirst mich niemals finden! Ähm, ach, Mann, Uckri, du hast sowas von Recht! Ich werde dich niemals finden! Oh, Mann, Freunde, er weiß einfach nicht, dass ich dort oben die ganze Zeit sehe! Okay, ich würde sagen, wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir hier rausgehen und richtig traurig sind! Oh, Mann, Uckri! Jetzt gib mir doch einfach mal einen Tipp! Ich weiß es einfach nicht! Obwohl, ich weiß es doch! Du hast dich ganz bestimmt auf dem höchsten Haus von diesem ganzen Villager-Dorf hier versteckt! Nämlich auf dem ganz dort oben! Let's go! Oh, ich geh dorthin! Nein, hab ich nicht, Samlaki! Du brauchst gar nicht nachzuschauen, du Noob! Ach, hier bist du auch nicht, Uckri! Wo kannst du dich nur versteckt haben? Ey, du bist so ein Meisterverstecker, Uckri! Hm, vielleicht links, vielleicht rechts... Oh, Uckri, ich hab dich gefunden! Nein, hast du nicht! Wo bist du denn? Oh, nein, du hast mich wirklich gefunden! Oh, Mann, mein Versteck war so OP! Wie konntest du mich finden? Ey, Uckri, jetzt, wo ich nachdenke, dein Versteck war gar nicht OP! Du hast dich einfach auf dem Dach versteckt! Das hätte jeder finden können! Was? Wie kannst du sowas sagen? Behaupte keinen Schwachsinn! Hör mir zu, das kann doch nicht sein, dass du mich jedes Mal findest so schnell! Das macht gar keinen Spaß! Uckri, um ehrlich zu sein, muss ich dir was verraten! Nämlich hatte ich die ganze Zeit Hacks an! Aber weißt du was? Ich hab sie jetzt ausgemacht! Und in der nächsten Runde werd ich nicht mehr reinhacken! Okay, Freunde, ich hab mich gar gemütet! Natürlich werd ich reinhacken! Alter, was? Das hast du wirklich getan, Samlaki? Mann, sowas macht man nicht! Das ist richtig fies! Okay, Uckri, ich werd ganz bestimmt nicht in der nächsten Runde hacken! Ähm, Indianer Ehrenwort, Fingerschwur, komm her! Okay, Samlaki, ich vertrau dir! Wenn du wirklich reinhackst, dann werd ich nie wieder mit dir spielen! Das wär richtig, richtig fies! Ähm, Uckri, ich werd natürlich nicht reinhacken! Also, ich geh wieder auf meinen Spot und warte dort 30 Sekunden! Obwohl, diesmal eine Minute! Du kannst dich verstecken! Und diesmal wirst du mich niemals finden, weil jetzt ohne Hacks hast du keine Chance! Ha, ha, ha! Und ich werd auf jeden Fall nicht reinhacken! Also, ich geh wieder hoch! Und, Freunde, beim Indianer Ehrenwort Fingerschwur hab ich natürlich mit meiner anderen Hand die Finger überkreuzt! Also, der hat auf jeden Fall nicht gezählt! Ich würd'n ja nicht brechen oder so! Okay, wir gucken wieder in die Kiste rein und sehen hier jetzt den Portable Radar! Die Kameras werden wir gleich erst benutzen in der letzten Runde! Nämlich, wie gesagt, können diese Portable Radars einfach Uckri auffünden! Und zwar werde ich jetzt diesen Portable Radar überall im ganzen Dorf verteilen! Aber davor muss ich mich unsichtbar machen, damit mich Uckri nicht sieht! Und, äh, warte mal, worin läuft der bitte sehr? Naja, ich würd' sagen, wir verteilen jetzt überall diesen Portable Radar in jedem Haus! Und wenn er dort irgendwie hingeht, dann wird das mir sofort angezeigt! Und ich weiß, wo er sich befindet! Nämlich, werden mir dann einfach die Koordinaten geschickt! Let's go! Okay, dort ist Uckri, ich muss aufpassen! Ich würd' sagen, wir gehen gar schnell in das Haus rein! Hoffentlich geht er hier auch nicht rein! Und platzieren hier jetzt auch wieder diesen Portable Radar! Zack, wir platzieren den mal hier! Und ich glaub, Uckri wird sich richtig wundern, warum hier überall solche komischen grünen Teile auf dem Brunnen liegen! Okay, Freunde, ich hab jetzt alle Radare platziert! Aber wenn ich jetzt in den Chat gucke, und ihr seht es schon! Und die Radare zeigen mir einfach die Koordinaten von seinem Versteck an! Also, wir springen runter und suchen ihn jetzt, Freunde! Aber davor müssen wir noch die Koordinaten anmachen! Okay, wo müssen wir jetzt lang weiter nach vorne? Ey, Freunde, er hat sich wirklich dort oben versteckt! Okay, ich würd' sagen, wir tun einfach mal wieder so, als ob wir nicht wüssten, wo er sich versteckt hat! Damit das Ganze auch nicht auffällt, dass ich hier hacke! Simlucky, diesmal wirst du mich niemals finden, denn ich bin so gut versteckt, wie noch nie! Ähm, Uckri, meinst du, ich wär mir dann nicht so sicher, weil ich werd' jetzt richtig gut nachsuchen! Okay! Ja, ich weiß! Hm, und irgendwas komisches ist hier in Minecraft, ich hab' davon noch nie gehört! Oder etwas davon gesehen! Es ist einfach so ein Hut, er ist schwarz und oben ist etwas Grünes drauf, was ist das bitte sehr? Ähm, Uckri, ich weiß nicht, was du meinst, also ich hab' sowas noch nie gesehen! Ähm, ja, okay, das ist wahrscheinlich ein Bug von der Welt oder sowas! Ja, Uckri, das ist bestimmt nur ein Bug! Also, ich such' dich mal weiter, hm, bist du vielleicht in diesem Haus hier und... Ja, Uckri, ich hab' dich gefunden! Ey, ist das dein Ernst, Mann, warum findest du mich jedes Mal so schnell? Das kann gar nicht sein, dass du direkt in dieses Haus gekommen bist! Ey, ich sag' dir ehrlich, Uckri, ich hab' diesmal wirklich nicht gehackt, weil... Wie sollte ich auch gehackt haben? Ich würd' sagen, dann sollen die Leute mal in die Kommentare schreiben, hat Simlaki gehackt oder nicht? Eine 1, wenn er gehackt hat und eine 2, wenn nicht! Freunde, ich hab' ganz sicher nicht gehackt, schreibt alle eine 2 in die Kommentare! Simlaki, ich kann dir irgendwie nicht trauen, was ist da los? Uckri, alles reiner Zufall, vertrau mir einfach, okay? Ich hab' dir ja gesagt, ich würd' nicht hacken, sonst stell' ich ja noch unsere Freundschafts aufs Spiel! Naja, ich würde sagen, ich lass' dir jetzt die letzte Chance und du kannst dich ein letztes Mal verstecken! Und ich werd' diesmal auch nicht hacken! Ich hab' ja grad eben auch nicht gehackt! Okay, ich werd' mich jetzt verstecken, aber ich sag' dir ehrlich, wenn ich jetzt noch einmal gefunden werde direkt, dann hab' ich keine Lust mehr! Okay, Uckri, da musst du dir aber auch ein richtig gutes Versteck aussuchen! Also, ich würde sagen, wir gehen wieder und sind vorne hin, zählen jetzt wieder eine Minute und so lange kann sich ja Uckri verstecken! Und jetzt werden wir den letzten Prank durchführen, Freunde! Okay, davor müssen wir noch ganz schnell die geheime Tür öffnen und let's go, sie ist geöffnet! Und jetzt nehmen wir einfach mal die Kameramonitore raus! Nämlich werden wir jetzt damit reincheaten! Okay, wir schließen wieder die Kiste und jetzt schnell die Türe zu! Perfekt! Zimlaki, ich muss kurz auf Toilette, ich komm' gleich wieder! Warte, was? Habt ihr das gehört? Uckri muss auf Toilette! Das ist der perfekte Zeitpunkt! Und zwar kann ich jetzt meine ganzen Security-Kameras platzieren! Und mit denen werd' ich einfach so richtig cheaten! Und wir müssen's beeilen, Freunde, denn Uckri ist gerade noch AFK, aber nicht mehr lange! Also muss ich mich umso mehr beeilen! Die erste Kamera, würd ich sagen, kommt hier oben auf den Hügel hin, weil dort wird er niemals nachsuchen oder sich verstecken! Das heißt, dort wird er die auch nicht finden! Also die platzieren wir genau hier! Und müssen die jetzt nur noch mit unserem Monitor verbinden! Und können jetzt, indem wir auf den Monitor klicken, von hier aus alles aus der Kamera beobachten! Wir können sogar zoomen! Freunde, wie cool ist das denn bitte sehr? Seht ihr diesen Eisen-Golem auch? Also wir gehen aus der Kameraperspektive wieder raus und platzieren jetzt sofort die nächsten Kameras! Ich würde sagen, wir platzieren sogar noch eine ganz oben auf den Berg! Weil von hier aus haben wir den besten Überblick über das ganze Dorf! Am besten hier auf den Baum hin! Die Kamera verbinden wir jetzt auch noch mit dem Monitor! Und wir gucken mal, wie es aussehen wird, wenn wir in diese Kamera gucken! Ey, Freunde, hier bin einfach ich! Wie cool ist das denn bitte sehr? Hallo! Ah, yeah! Uckri wird verlieren! Ja, ja! Und ihr seht ihr schon, Uckri ist noch immer AFK... Äh, warte mal, der hat sich ja ein bisschen bewegt! Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen! Und wir gehen wieder hier hin und tun so, als ob nichts passiert wäre! Let's go! Und, ah, Semlaki, ich bin wieder da! Wo bist du? Ich verstecke mich jetzt! Oh, Mann, Uckri, ich warte hier schon die ganze Zeit! Naja, jetzt bist du ja endlich da! Und jetzt such dir mal wirklich ein OP-Versteck aus! Ja, genau! Diesmal werde ich ein richtiges OP-Versteck finden und mich dort verstecken, weil diesmal werde ich auch gewinnen! Ich habe keine Lust, die ganze Zeit zu verlieren, Semlaki! Ja, Uckri, ich kann dich gut verstehen! Ich hätte auch nicht Lust, die ganze Zeit zu verlieren! Naja, ich gebe dir jetzt eine Minute Zeit! Let's go! Okay, Semlaki! Okay, Freunde, wir haben ja jetzt die Kameras platziert! Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal unsere geheime Tür! Let's go! Sind jetzt hier drin und schauen in den Kameramonitor rein! Okay, wir wählen einfach mal die erste Kamera aus und mal gucken, was dort so abgeht! Ist der hier irgendwo? Oh, da unten ist er ja wirklich! Okay, wir zoomen noch ran! Zack, zack, zack! Und mal schauen, was er sagt! Oh, Mann, Freunde! Wo werde ich mich diesmal verstecken, wo Semlaki mich auf keinen Fall finden wird? Hm, wo kann ich hin? Wie wäre es, wenn ich mich in diesem Feld verstecke? Obwohl, am Anfang war ich ja auch in einem Feld und das hat nichts gebracht! Ich brauche ein besseres Versteck! Ich werde an den Anfang wieder gehen und mal schauen, was ich unten finden werde! Oh, nein, Freunde! Habt ihr das gehört? Er will woanders hingehen! Das heißt, ich muss die anderen Kameras aktivieren! Mal schauen, was wir in der zweiten so sehen! Und sehen wir hier irgendwas? Oh, warte mal! Dort vorne ist er! Haben wir da irgendwo eine Kamera platziert, damit wir ihn ein bisschen näher sehen können? Obwohl, wir können ja auch so ran zoomen, Freunde! Die Kamerasicht ist einfach perfekt! Ähm, Leute! Was ist das hier vorne? Warum kann ich das nicht abbauen? Oh, nein, Freunde! Habt ihr das gesehen? Ich glaube, der hat meine Kamera entdeckt! Okay, wir gucken mal nach in die dritte Kamera! Äh, nein, das ist sie nicht! Vielleicht in die vierte... Oh, nein, Freunde! Da unten ist er ja einfach... Oh, das kann nicht sein! Was ist, wenn mein Prank jetzt aufliegt? Äh, er hat die Kamera kaputt gemacht! Okay, das sieht gar nicht gut aus! Ich hoffe, er kommt nicht auf die Idee, dass ich das die ganze Zeit war! Ich würde sagen, genau deswegen gucken wir jetzt einfach mal wieder in eine andere Kamera rein! Und zwar genau in diese! Von hier aus haben wir ein ganz gutes Sichtfeld auf ihn! Also, ich zoome mal wieder an ihn ran! Zack, hier ist Ucri! Und dann schauen wir einfach mal, was er sagt oder wo er sich verstecken wird! Leute, Mann, ich finde einfach kein Versteck! Ich habe schon alles ausprobiert und einfach... Hat geklappt! Was mache ich denn jetzt bloß? Hm, wie wäre es, wenn ich hier irgendwie in das Dach reinkomme? Geht das irgendwie? Oh, nein, geht leider nicht! Was mache ich denn jetzt, Mann? Hilfe! Ich brauche einfach... Oh, Mann, Freunde! Er ist richtig verzweifelt! Alles läuft nach meinem Plan! Ich würde sagen, wir schauen jetzt wieder in eine andere Kamera rein, damit wir ihn besser beobachten können! Welche wählen wir jetzt diesmal aus? Okay, mal schauen, vielleicht die fünfte... Oh, okay, ich glaube, der könnte hier wirklich irgendwo sein... Äh, warte mal! Was ist das dort vorne? Ey, Ucri, was baust du da nur immer hin? Okay, wie wäre es mit der sechsten? Wir wählen die Maus und... Jo, da vorne ist ja Ucri! Okay, perfekt, wir zoomen mal an ihn ran und hoffentlich entdeckt er die Kamera nicht! Okay, Leute, ich würde sagen, wir springen jetzt hier rüber auf den Zaun und dann hier drunter und warte mal, kann ich mich vielleicht hier bei dem Villager verstecken? Wie wäre es, wenn ich mich einfach hier unter einem Schaf verstecke? Und zack, und zack, und zack, perfekt, ich habe mich hier einfach versteckt! Äh, warte mal, Ucri will sich in der Erde verstecken? Ist das überhaupt erlaubt, Freunde? Aber das ist gar nicht so schlimm, denn ich weiß ja jetzt, wo er sich versteckt hat! Okay, Leute, wir müssen uns einbauen und noch einmal diesen Stein hier wegkriegen! Perfekt! Jetzt wird Samlaki mich niemals in diesem Untergrund finden! Wie soll er denn auch? Ich meine, das ist unmöglich! Freunde, habt ihr das gehört? Natürlich werde ich ihn finden, weil ich weiß ganz genau, wo er sich versteckt hat! Und was, denkt ihr, Freunde, würde passieren, wenn ich jetzt einfach zu ihm gehe und ihn sofort finden würde? Denkt ihr, er rastet dann richtig aus? Lasst jetzt mal ein Abo da, wenn ihr wollt, dass ich ihn jetzt sofort finde! Ihr habt genau 5 Sekunden Zeit! 1, 2, 3, 4, 5! Okay, perfekt! Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zu ihm und finden ihn! Alter, er wird sowas von ausrasten! Okay, Ucri, hast du dich jetzt versteckt? Ja, haha, Samlaki, dies machst du wirklich keine Chance, denn ich habe mich so krass versteckt! Das glaubst du mir gar nicht! Ich bin gespannt, wie du mich jetzt hier finden willst! Ähm, Ucri, bist du dir sicher? Hast du dich wirklich so gut versteckt? Aber du darfst auf keinen Fall cheaten, ne? Cheaten? Du bist doch der Typ, der die ganze Zeit eben gecheatet hat! Und jetzt find mich mal ehrlich, ohne Cheat! Ey, Mann, Ucri, ich habe dir doch schon gesagt, ich habe nur einmal gecheatet! Jetzt cheate ich auf keinen Fall mehr! Natürlich, ich werde dich jetzt finden, ohne zu cheaten! Okay, wo kannst du nur sein? Ich gehe mal einfach an den Start! Ganz an dem Anfang, vielleicht bist du ja irgendwo hier! Okay, das erste Haus, kannst du dich vielleicht irgendwo hier versteckt haben? Villager, wollt ihr mir vielleicht verraten, wo Ucri sich versteckt hat? Äh, nein, die gehen weg! Okay, Ucri, dann wird es wohl Zeit, dass ich dich jetzt finde! Ähm, Schäflein, willst du mir vielleicht verraten, wo Ucri ist? Äh, äh, wo bist du gerade, Semlaki? Äh, ich bin gerade bei zwei Schafen! Äh, wieso fragst du denn, Ucri? Achso, nee, alles gut! Ah, also, Semlaki, du kannst auch gerne wieder weitergehen, denn hier bin ich eh nicht! Äh, was guckt es mich so komisch an? Warte mal, willst du mir etwas sagen, Ucri ist genau dort unten? Äh, Schäflein, du würdest mich doch nicht anlügen, oder? Wie hat dir das Schaf bitte sehr erzählt, dass ich genau unter dir bin? Ähm, ich bin gar nicht da! Ähm, warte mal, Ucri, jetzt hast du dich aber ein bisschen versprochen, du bist genau unter mir! Let's go! Hahaha, ich hab dich gefunden! Ey, versuch gar nicht abzuhauen! Nein, Semlaki, du lügst! Wie kannst du bitte sehr mit Schafen sprechen? Was soll das denn? Ja, Ucri, du hast wohl ganz vergessen, dass ich ein Tierflüsterer bin! Semlaki, ich sag dir ehrlich, ich hab keine Lust mehr! Ah, warum greifst du mich jetzt an? Keiner mag mich, alle hassen mich! Warum denn, Bole? Ich hab doch nichts getan! Oh Mann, jetzt tut der mir irgendwie leid! Was redet der da nur? Was für alle hassen ihn! Lass mal jetzt ein Abo und ein Like da, falls ihr wollt, dass wir den Prack auflösen! Ich will immerhin nicht, dass Ucri traurig ist! Ihr habt genau drei Sekunden Zeit! Drei, zwei, eins und null! Okay, ihr wollt, dass ich den Prack auflöse? Dann mach ich das jetzt! Ähm, Ucri, bist du da? Äh, äh, wie? Warte mal! Bist du genau dort vorne? Ucri, ich muss dir noch was sagen! Hallo! Ich hab keine Lust mehr! Ich verliere die ganze Zeit nur! Irgendwas ist da faul, Semlaki! Du veräppelst mich doch! Ähm, Ucri, weißt du was? Ich komm einfach zu dir und ich muss dir was sagen! Was willst du mir sagen, Semlaki? Ucri, ich hab dich die ganze Zeit geprankt! Ha, ha, ha! Ich hab sogar gecheatet, als ich gesagt habe, ich werd nicht mehr cheaten! Cheat, 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 Cheat? Ist das dein Ernst? Oh Mann, wie kann man so fies sein? Du hast mir doch versprochen, dass du nicht mehr cheaten wirst! Ucri, das war doch nur ein Spaß! Es war doch lustig, oder nicht? Naja, Freunde, ich würd sagen, das war's mit dem Video! Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt! Und schaut bei Ucri vorbei, damit er nicht mehr sauer ist!